hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play mass effect 3 und wir sind langsam glaube ich echt am ende servus hauptquartier nur noch das hauptquartier des unbekannten wurde gefunden die allianz ist bereit zum angriff um die proteaner vi zurückzuholen die der schlüssel zum katalysator ist sobald der angriff beginnt ist die allianz ausschließlich mit dem letzten kampf gegen die weeper beschäftigt greifen sie die basis an sobald sie bereit sind ich gehe noch mal kurz hier in die kabine guck ob ich jemanden holen kann ich kann keinen holen ich fütte unsere fische noch ein letztes mal leute es geht los das ende beginnt haben wir aufgetankt an adios bei diesem riesen das ist die sonne die sich immer hinter ihm befindet der rote supergigant anadios ist eine fußnote auf den sternkarten des pferdekopfnebels ein kalter sterbender stern mit der 20 fachen masse und dem 1500 fachen radius von sol zwischen regelmäßigen sonneneruptionen ist der unauffällige raumstation kaum auszumachen die zudem auf keiner karte verzeichnet ist edis hinweis größe und form lassen der station lassen darauf hindeuten dass viele schiffe dort andocken könnten für exakte werte wüssten allerdings aktive scans durchgeführt werden die wiederum die anwesenheit der normandy verraten würde die zusätzlich gewonnene präzision ist das risiko nicht wert die flotten sind bereit aber wenn wir gegen sauber ist vorgehen werden es die reaper bald darauf mitbekommen und der tiegel fertig bis auf den katalysator aber wir können die schiffe die serbris angreifen nicht verstecken sobald wir angreifen ist der tiegel nicht lange sicher eine aktion gegen sauber ist wäre die erste phase unseres angriffs auf die erde und wenn wir den katalysator nicht finden was ist wenn server ist die info nicht hat die wir brauchen oder wir sie nicht bekommen dann fliegen die flotten zur erde und wir hoffen das beste aber wir sind sicher dass server ist und der unbekannte die information haben die wir brauchen und wir werden sie überraschen server ist nicht was ihr erwartet dann greifen wir jetzt an die reaper und server ist haben angefangen und wir beenden es jetzt ich mobilisiere die flotten alles ist bereit shepherd und sie sind sie bereit bringen wir es einfach hinter uns einfach wird daran gar nichts nicht wird es etwa anstrengend ich weiß was sie da versuchen hey nicht ablenken reden sie mit mir was ist los wir haben gute leute verloren ich denke nicht ab ich denke nur an alle die wir in diesem krieg verloren haben ich verstehe geht mir auch so ich war ohne sie verloren der gedanke sie wären tot hat mir das herz gebrochen und dann kamen sie zurück es war ein wunder scheiß auf die wissenschaft ein verdammtes wunder scheppert ich liebe dich ohne sie ging es alles nicht erscheinen genug damit ich erkenne wenn ich über etwas gutes stolpere sie müssen gar nichts sagen doch muss ich ich liebe sie ich habe an ihnen gezweifelt und sie verloren das passiert nicht noch mal sei still und küss mich perkwärts 1 Untertitelung des ZDF, 2020